Bei AWS IoT geht es nicht nur um vernetzte Geräte, sondern auch darum, diese Geräte am Edge sicher und maßstabsgetreu zu betreiben. Es geht darum, Daten in Geschäftswert zu übersetzen. Mit AWS IoT können wir innerhalb von Minuten statt Tagen Saatgutdaten an Analysten übermitteln, was unsere Innovationen in der Präzisionslandwirtschaft unterstützt. Für uns hat Sicherheit höchste Priorität. Dies ist die Basis für alles, was wir tun. Wir haben uns für AWS IoT entschieden, aufgrund seiner führenden Edge-Sicherheitsfunktionen. Richtlinienbasierte Sicherheit ist ein großer Vorteil von AWS. Wir wissen nicht, wie wir das alleine geschafft hätten. Mit unserer globalen Plattform können sich ihre IoT-Lösungen ganz einfach mit Edge-to-Cloud-Zuverlässigkeit und geringer Latenz skalieren. Wir haben uns nicht nur aufgrund der Technologie für AWS entschieden, sondern auch wegen der Skalierbarkeit. Die Methoden und Kultur von AWS haben unsere Implementierungsgeschwindigkeit beschleunigt. Mit AWS IoT Services und einer breit gefassten Reihe von IoT Partnern bieten wir umfassendes Fachwissen für Edge-to-Cloud-Lösungen. Das IoT-Angebot von AWS ist das umfassendste auf dem Markt und hilft unserem Team, schnell die modernste IoT-Technologie zu entwickeln und bereitzustellen, während gleichzeitig tiefe Beziehungen zu unseren Kunden aufgebaut werden. Wir bei AWS transformieren Ihre IoT-Infrastruktur, damit Sie sich auf Innovationen für Ihre Kunden konzentrieren können.